Musik Mit der Zahnradbahn und dem Film sind die wichtigsten Voraussetzungen für den Massentourismus geschaffen. Um auch im Winter den für die Bergbewohner unbequemen Schnee zu nutzen, fehlen nur noch die Skifahrer. Auch sie werden schnell zu Stars im Kino. 1913 dreht Sepp Allgeier die erste Skiabfahrt vom Monte Rosa. Von dem Erstersteiger Jean-Antoine Carell führt eine direkte Linie zu den modernen Alpinisten und Bergführern im Val Thurnange. Dies ist das Geburtshaus von Louis Carell, den die Einheimischen liebevoll Carellino nennen. Louis Carell, schreibt Gaston Ruebuffin, ist der Mann, der zu der modernen Eroberung des Matterhorns am meisten beigetragen hat. Außer dem Forkengrat hat er die Süd- und die Ostwand als erster begangen. Die Südwand wird zu seinem eigentlichen Revier. Er durchsteigt sie auf immer neuen Routen. Für meinen Vater war der Ciavino das Symbol für den Alpinismus schlechthin. Ich glaube, er hat am Ciavino allein elf neue Routen erschlossen. Mein Vater war auch ein guter Schmuggler. Besonders bei schlechtem Wetter oder in der toten Jahreszeit. Wenn die Zöllner ihn fragten, wohin er wollte, dann sagte er, ma, ich gehe auf die Hütte, da muss ich eine Tür reparieren, die im Winter kaputt gegangen ist. Stattdessen ging er über den Gipfel des Ciavino nach Zermatt. Er übernahm das Schmuggel gut und kam zurück. Seine Leidenschaft fürs Gebirge war einmalig. Wenn einer versuchen würde, das heute nachzumachen, er würde nicht lange leben. Die Grate, die Ostwand, die Westwand und die Südwand sind erstiegen. Neue Routen sind erschlossen. Der Gipfel ist umrundet. Einzig die gewaltige Nordwand bleibt Anfang der 30er Jahre die letzte Herausforderung im Extremalpinismus am Matterhorn. Von den vier Flanken des Matterhorns, schreibt Gaston Rebifat, ist die Nordwand die ernsteste, die schönste und die eindrucksvollste. Sie ist 1100 Meter hoch und spannt sich zwischen Hörnligrat und Smutgrat. Die Nordwand ist vor allem gefährlich. Der Fels ist schlecht, das Eis ist hart. Nirgends findet man einen Standplatz oder Unterschlupf. Nur an wenigen Tagen im Jahr fallen keine Steine. Dann muss man da sein. Im August 1932 gelingt den Brüdern Toni und Franz Schmidt aus München als ersten Menschen die Durchsteigung der Nordwand. Sie sind die einzigen, die jemals für eine alpinistische Leistung in Los Angeles eine olympische Goldmedaille erhalten haben. Hilti von Almen schafft zusammen mit Paul Etter die erste Winterbegehung im Februar 1962. Und dann tritt ein Mann auf den Plan, der den Alpinismus in den 50er und 60er Jahren wie kein zweiter geprägt hat. Walter Bonatti. Zum 100. Jubiläum der Erstersteigung 1865 beschließt er, die Nordwand im Winter alleine zu durchsteigen. Nach drei Tagen und vier Nächten befindet er sich kurz unter dem Gipfel. Gegen drei Uhr nachmittags bin ich nur noch 50 Meter vom Gipfel entfernt. Da taucht plötzlich das Metallkreuz über mir auf. Die Sonne bringt es zum Glühen und seine leuchtenden Umrisse blenden mich. Die vielen Flugzeuge in der Nähe mit ihrem uhrenbetäubenden Lärm, plötzlich scheinen auch die Piloten die Magie des Augenblicks zu begreifen. Sie entfernen sich etwas, damit ich die letzten Meter in Ruhe steigen kann. Wie hypnotisiert strecke ich meine Arme dem Kreuz entgegen, bis ich es an meiner Brust spüre. 1964 habe ich beschlossen, mit dem Extrembergsteigen aufzuhören. Ich wollte meinen Horizont als Abenteurer auf der ganzen Welt erweitern. Aber das Matterhorn ist mir im Herzen geblieben. Und da wollte ich einen schönen Schlusspunkt setzen, mit der Besteigung der Nordwand im Winter. Ich beschloss allein zu gehen. Die Einsamkeit, die oft als negativer Faktor eingeschätzt wird, die Einsamkeit hat eine äußerst wertvolle Dimension. Denn die Einsamkeit schärft die Sensibilität und erweitert die Emotionen. Das Matterhorn enthält all dies. Ästhetik, davon haben wir gerade gesprochen. Dann die hundertjährige Geschichte des Matterhorns, die mit Wimper begonnen hat bis zum heutigen Tag. Und die Ethik. Man setzt sich mit den Bergen auseinander, weil sie das aus menschlicher Sicht wert sind. Ich halte nicht viel von der heutigen Supertechnik. Denn das Ziel wird der Sieg der Technik sein und nicht der Sieg des Menschen. Aber meines Erachtens haben die Berichte so viel Aufsehen erregt, weil sich der Leser damit identifiziert hat, wie ich es gemacht habe. Mit menschlichen Mitteln. Heute wird die Fantasie eingeschränkt. Der Spektakuläre ist nicht meine Sache und ich bin sogar der Erste, der das kritisiert. Denn so eine Unternehmung bedeutet Befriedigung eines natürlichen Bedürfnisses, das jeder von uns in sich trägt als menschliches Wesen. Und es bedeutet sicher nicht, sich als Darsteller zu produzieren. Sicher, man ist auch Akteur. Aber das ist etwas anderes. Schade, dass diese Gesten, die aus dem Impuls des Einzelnen mit seinen menschlichen Anlagen heraus entstehen, letztlich zu einem abgetroschenen Spektakel verkommen. Das ist ein Volgarisat. Das ist ein Volgarisat. In der Tat ist das Matterhorn hier unter uns. Das besteht aus Granit und Gneis. Das ist ein uraltes Grundgebirge. Und das kam in der Tat von der, was wir Geologen die afrikanische Scholle nennen, her. Also es war einmal ein Stück Afrika. Und es ist dann bei der Kollision von Europa und Afrika, bei der Entstehung der Alpen, ist dann das Afrika über Europa hingeschoben worden. Dann kam natürlich diese gewaltige Erosion, die die Täler formte hier. Und jetzt ist einfach hier noch ein Stück Afrika übrig geblieben. Und jetzt ist es ein Stück Afrika. Auch im Sommer 1998 kann man sich kaum noch vorstellen, dass die fließenden Eismassen einmal bis nach Zermatt rechten. Als der Geologe Peter Lehner und seine Schwester Anne-Marie 1986 den Gletscher vermessen, machen sie einen Fund, der ihnen den Atem verschlägt. Vom Wasser ausgespült finden sie nacheinander eine Pistole, viele Knochen, einen Degen und mehrere Münzen. Peter Lehner definiert die Fundorte auf einer Zeichnung. Schließlich entdeckt seine Schwester Anne-Marie sogar einen Schädel. Wir haben gesucht und ich habe so in einer Rille, wie sie jetzt hier sind, es war dunkles, schwarzes gesehen. Es war noch halb im Eis. Und habe es angeschaut und weil es so dunkle, kurze, schwarz, haarig war, habe ich mir vorgestellt, das muss eine Kokosnuss sein. Und wir schauten diese Kokosnuss an, die war noch halb im Eis. Dann haben wir die ausgegraben, das hat fürchterlich gestunken. Das Hirn war nämlich noch drin. Und dann sagte ich meiner Schwester, ja, das ist ein Schädel, das ist die Schädelkappe. Und dann, das hat so fürchterlich gestunken, dass wir das nicht heimnehmen wollten und haben das dann ausgeleert. Das war eigentlich schade. Ein Schweizer Legionär war beim Abstieg vom Theodulpass verunglückt. Die Zahl 1582 auf den Münzen markiert das Todesjahr. Über den ausgeaberten Theodulgletscher und den Theodulpass führt uns der Weg noch einmal nach Süden, hinunter nach Breul. Aus dem alten Breul ist in den langen Jahren des italienischen Faschismus das moderne Cervigna geworden. Erst in den 60er Jahren beginnt sich der international bekannte Wintersportort radikal zu verändern. Überzogene Großprojekte von Hotelbauten werden aus dem Boden gestampft. Mitten in der Berglandschaft entwickelt sich wildwüchsig ein Konglomerat, das aussieht wie ein Stadtteil von Mailand. Leider haben Leute in Cervigna investiert, die den Gewinn aus ihrer Investition sofort wieder abziehen. Es wäre aber nötig, die Gewinne im Tal zu lassen. Jeder Investor soll sich selbst um sein Hotel kümmern und hier am Ort weiterarbeiten. Cervigna soll ein Fehler bleiben, den man nicht wiederholt. Inzwischen besinnt sich das Valternage auf die eigentlichen Qualitäten seiner langen Tradition. Denn die Natur, oder was von ihr übrig geblieben ist, ist auch im Valternage das einzige Kapital, das es für die Zukunft zu bewahren gilt. Musik Musik Fête de l'Eglise Auf diesem kleinen Platz blicken wir auf die Alpinisten und ihre Führer. Und wir sagen noch einmal, die Berge lehren uns zu leben. Die Pickel und Seile sind Symbole und Zeichen. Denn wir alle brauchen jemand, der uns führt und den Weg weist. Musik Musik 1 Fahrzeug Musik 1 Musik 1 Okay, let's go. Die Erde hat den Menschen in diesem Berg etwas Wunderbares zum Geschenk gemacht, schreibt Gaston Rebuffin. Und die Menschen haben ihn dafür geliebt, wie keinen seinesgleichen. Unsere ästhetische Befriedigung wird zugleich von Ergriffenheit abgelöst, denn die Beziehung zwischen Schönheit und Unzugänglichkeit ist unauflösbar. Wäre das Matterhorn gegen einen anderen Berg gesetzt, dann wäre es trotz seiner einzigartigen Linie nicht dieser Leuchtturm in der Brandung, dieser ein steinverwandelte Schwung, dieser himmelwärts gerichtete Drang der Erde. Das Matterhorn ist die direkte Verlängerung des Menschen in den Himmel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zufrieden! Ich bin sehr glücklich. Heute, so denke ich, waren beste Bedingungen. Ich habe es geschafft. Also wie auch immer, ich habe es geschafft. Geschafft! Ich bin sehr glücklich, aber ich kann, ich kann, ich kann. Ich kann.